20.15 Uhr, Fox, John Carter, Zwischen zwei Welten, Fantasy-Abenteuer Als der Ex-Soldat John Carter, Tavokic, im Jahr 1868 durch eine Kette von unvorsehbaren Ereignissen und das Medaillon eines galaktischen Kriegers auf den Mars teleportiert wird, ändert sich sein Schicksal schlagartig Durch übernatürliche Fähigkeiten wird er plötzlich zum wertvollsten Krieger im brutalen und erbarmungslosen Kampf zweier Völker um eine bisher nicht bekannte Galaxie Er scheint der Auserwählte zu sein, der die Herrschaft der beiden Völker Helium und Sodanga für die Zukunft sichern und gegenüber aus aggressiven Tags zu altem Ruhm und Macht verhelfen kann 20.15 Uhr, ProSieben, Whiskey Tango, Foxtrot, Komödie Um ihren tristen Alltag zu entfliehen, übernimmt die US-Journalistin Kim, Tina Fey, die Kriegsberichterstattung in Kabul Schnell wird ihr klar, dass das Leben in Afghanistan kein Zuckerschlecken ist Nach kurzer Eingewöhnungszeit erfährt sie jedoch, dass nicht nur gefährliche Militäreinsätze, sondern auch ausschweifende Partys mit der australischen Korrespondentin Tanja, Margot Robbie, und dem schottischen Fotografen Ian, Martin Freeman, auf der Tagesordnung stehen 20.15 Uhr, das erste, Verstehen Sie Spaß? Die Dokanz präsentiert in der Sommerausgabe von Verstehen Sie Spaß? Wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt im Studio zahlreiche prominente Gäste, von denen manch einer hereingelegt wurde oder als Lockvogel für die Sendung unterwegs war Dabei sind Fernsehkochte Melzer, Volksmusikrockenroler Andreas Gabalier, die Lochis und Joessa Ilk, Comedian Kayaya Nasu, wie Schauspielerin Desiree Notsbusch 20.15 Uhr, Sat.1, Hotel Transylvanien, Animationsspaß Das Hotel Transylvanien ist neben seiner geliebten Tochter Mavis Draculas größter Schatz Schließlich können sich hier alle Arten von Monstern ungestört austoben Als sich der rucksackte Ristionathan auf das Schloss verirrt, bricht Panik unter den Gästen aus, schließlich ist er ein Mensch Zu allem Überfluss verliegt sich Mavis in den vorwitzigen Bengel und will mit ihm durchbrennen 20.15 Uhr, RTL 2, The Beach, Thriller Auf der Suche nach Freiheit und Abenteuer ist der junge amerikanische Rucksack-Tourist Richard, Leonardo DiCaprio, nach Thailand gekommen Doch er findet nur verdreckte Städte und Hotelzimmer, Gauner und Hagediebe Sein Traum von einem Abenteuer scheint sich jedoch zu erfüllen, als er in seinem billigen Hotel den durchgeknallten Hippie Duffy, Robert Carlyle, kennenlernt Duffy erzählt Richard von einer geheimen Insel, die das Paradies auf Erden sein soll Dort soll sich auch der perfekte, vom Tourismus völlig unberührte Strand befinden